Ligno Pure ist eine Ausgründungsinitiative, das heißt, wir möchten ein Start-up gründen, was biologisches Material, speziell Lignin, für die Allgemeinheit, für die Industrie und auch für den Kunden zugänglich machen soll. Unser Produkt ist Lignin und Lignin ist eines der Hauptbestandteile von allen Pflanzen, die man nicht essen kann, also Stroh und Holz zum Beispiel. Und das Lignin kann man nutzen, um biobasierte und bioabbaubare Mikroplastikpartikel herzustellen und eben in Kosmetika einzusetzen. Natürlich wissen wir, dass wir selbst als Ligno Pure nicht unbedingt die Welt retten können damit, aber wir können sich einen kleinen Beitrag leisten, eben in unseren täglichen Konsumgütern ein paar der erdölbasierten Bestandteile durch Lignin zu ersetzen. Und wir finden, dass Lignin ein ganz tolles Polymer ist, ein ganz toller Chemikalie ist, die unbedingt mehr eingesetzt werden muss.